jo leute was geht ab zu einem neuen video heute mit Clashreal und bei mir ist die aber wird schon okay das erste mal mein intro wahrscheinlich ja habt ihr wahrscheinlich dann auch schon gesehen okay komm macht das spiel ich bin mir gekotzt und riesen noch mal ok oh mein eh die wird da denn liegen? nein die füge ich wegkoppelte einfach mal so bock und machen gut hier rauf das ist einfach so aber bin mal aufgestanden weil ich jetzt nicht abdenken leute ihr seht wir nehmen dass ich das beide gerade auf ach so und ich also jetzt nicht in den kommentaren ich zeig mein face einfach nicht könnt ihr sagen was ihr wollt ich will mein face nicht zeigen ich schon du weißt ganz noch was ich dagegen hab ne? ja weiß nicht ich warte aber nur das ist ein letzt jetzt kann ich nur hier ganz kurz das kuburtsbass werfen hier die speckkoburde hier ey u 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 Wollen wir uns? Ja Ich warte mal, wo du dich so denn vorliegst. Ich will mein Face einfach nicht zeigen, Leute. Muss man ja auch nicht unbedingt, ne? Müsst ihr ja einfach verstehen. Es tut mir leid, wenn ihr mich erzähltet, aber... Da bin ich dreistisch. Wenn das nicht wird, dann wird das halt nicht. Ich will mein Face nicht zeigen. Mein Face ist so hässlich. Ihr wollt mein Face nicht machen. Glaubt mir. Wenn das nicht... Mein Face ist übezässlich. Oh, darauf habe ich gewartet. Genau darauf habe ich gewartet. Ja, hier geht. Ja, hier geht. Oh, der ist geräuscht. So egal. Guter Kampf. Guter Kampf auf jeden Fall. Hier ist übrigens unser Kampf. Wir sind Rocket League Fans. Ich glaube, High Five will es heute auch noch mal aufnehmen. Weiß ich nicht. Was meinst du? Wir machen mal ein kleines Chest Opening, würde ich sagen. Ich muss kurz kurz kurz. Ich kann nichts verbessern, ey. Hm? Nein. Okay Leute, das war's schon mit der Ze... Okay Leute, das war's mit dem Video. Schau... Bis zum nächsten Mal. Tschau bei mir, bye bye. Luh! Tschau.